Hallo zu On The Quit, Claudio Schiesel mein Name. Der Kollege da drüben lächelt schon, weil das ist schon die dritte Aufnahme, aber das ist mir jetzt egal. Im Wesentlichen, was mache ich hier heute? Ich bin hier am Grazer Schlossberg und ihr seht, da geht nicht nur ein Gleis, sondern auch ein Rutschentunnel durch. Das ist die größte Indoor-Rutsche Europas. Die wird jetzt gerade frisch eingeweiht und heute konnten Landesregierung, Stadtverwaltung als auch Journalisten einmal Probe rutschen. Die Firma Diesel hat dazu einmal eingeladen und ich konnte jetzt zweimal testen, wie das eigentlich so ist, dieses Gefühl. Näheres dazu erkläre ich dann sowieso noch im Blog. See ya und viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht es auch wie gleich einmal die Schlossberg-Rutsche. Wir wurden eingeladen von der Firma Diesel, uns das heute anzusehen. Und ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie schnell ich mit meinem doch beachtlichen Kilogramm im dreistelligen Bereich darunter komme. So, green ist, also ich darf starten. Ja! So! 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 Was für eine Rutschpartie! So, danke! Oh, ja, ein bisschen schwindel gibt's mir. Aber, ja, muss man sagen, echt geil. Schauen wir mal, was da in den nächsten Jahren so rauskommt. Jetzt muss ich mich mal wieder sammeln. Danke fürs Zuschauen! Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!